RWA Schmuck – Finest Collections Herzlich Willkommen bei RWA Schmuck! Gerne möchten wir unsere Fatimas Handkette vorstellen. Die Größe des Anhängers beträgt 4,8 x 6,4 cm. Die Kettenlänge beträgt 50 cm plus 5 cm zum Verstellen. Der Anhänger sowie die Kette sind mit hochwertigem Gelbgold überzogen und wurde mit Kristallstein verziert. Die Fatima Hand ist auch bekannt als Hamza Hand oder Hamza Symbol. Es gilt als Schutz vor dem bösen Blick und unguten Geistern. Gleichzeitig ist es ein Symbol für Reinheit, Fruchtbarkeit, Glück und Harmonie. Dieses Schmuckstück kann bei einer Vielzahl von Anlässen getragen werden. Es ist definitiv ein echter Augenfinger und wird deinen Stil und persönlichen Look hervorheben. Es könnte schon bald dir gehören. Wir haben nur eine limitierte Anzahl vorrätig und diese wird bald vergriffen sein. Worauf wartest du? Bestelle dieses außergewöhnliche Schmuckstück am besten noch heute. Selbstverständlich wird es in einem hochwertigen Schmuckkarton geliefert. RWA Schmuck Finest Collections Besuche unsere Webseite auf rwa-schmuck.de Bevorherr Bevorherr Bevorherr